Hey, SorteLeon hier. Ihr musste ziemlich lange warten auf neuen Gameplay-Content hier auf YouTube aus Escape von Tarkov und zu Recht gab es schon die eine oder andere Nachfrage in den Kommentaren, aber die letzten Wochen waren einfach extrem arbeitsreich, gerade die letzten sieben Tage und dadurch ist dann doch vieles liegen geblieben. Trotzdem habe ich natürlich gestreamt, demzufolge ist dann doch das eine oder andere entstanden und eine Runde, die ich euch heute zeigen will, ist mein Abschluss der Setup-Quest. Ich habe sie zusammen mit der Quest Silent Caliber gemacht, deswegen auch hier die Shotgun mit Schalldämpfer. Das Ziel 12 oder insgesamt 15 PMC-Kills of Customs zu erledigen mit entsprechender Kleidung und zwar einer Skeffweste und einer Uschanka-Mütze. Die Runde gibt es in voller Länge als Uncut-Video auf YouTube. Denke mal, das lohnt sich, denn sie war spannend von Anfang bis zum Ende und außerdem bin ich nun mal ein Freund von wirklich vollständigem Gameplay, was auch ein bisschen nachvollziehen lässt, wie es zu dem einen oder anderen Fight gekommen ist. So, ich hoffe, euch gefällt es. Wenn ja, denkt daran, lasst ein Abo da, kommentiert fleißig und wenn ihr mehr Gameplay sehen wollt, heute Abend bin ich auch wieder auf Twitch unterwegs. Schaut vorbei, sagt hallo, ich würde mich freuen. Und jetzt geht's los. So, der Ping hat gerade schon wieder angeschlagen, aber diesmal so, noch zweistellig. So, noch zweistellig. Dann gehe ich nicht raus. So. 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 Das war's für heute. Da wot, wot er! Ja, ist ne AK mit BT Munition. Da wot, 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 wot! Wot, 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 wot! Wot, wot! Wot, wot! Wot, wot! Wot, wot! Wot, wot, wot! Wot, wot! Wot, wot! Wot, wot! Wot, wot, wot! 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 Mein Schalldämpfer glüht. Nein! Geh, väschke, pärikä! Das war's. Jetzt ist schon wieder der Mist hier mit den Kopfhörern. Jetzt ist es schon wieder der Mist hier mit den Kopfhörern. Ja. Triss erledigt Sagt es über Voice over IP? 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 Das war's für heute. Jetzt geht der Scheiß wieder los. Der auf dem Gelände ist. Jetzt geht der Scheiß wieder los. 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 So, wahrscheinlich habe ich... Ich denke mal, der wird sein Kumpel ja gelootet haben. So, dass ich jetzt mal vermute, dass ich dem seinen Dock-Deck nicht mehr bekomme. Ich glaube, von den beiden habe ich nur einen erschossen. So, das war er. Ja, er hat mich gesucht. Aber wir können jetzt hier noch auf einen schöneren Helm wechseln. So, das war er. ZB-013, ist das... Ist das nie Dingsbums hier? So, dann gehen wir doch da hin. So, da sind wir die Dingsbums? Aber wir können jetzt da 55 Nicht schlecht Nicht schlecht Musik 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 Musik